ja moin moin wir sind ja heute in neuwiller les saverna hat der volker christen ein teampartner und auch wirklich guter freund hier ein see gemietet ist jetzt schon der dritte jahr in folge wo ich dabei bin von seiner firma veranstalten die das hier immer jedes jahr so ein firmenangeln freundschaftsangeln mega viel spaß hier super leute dabei einen haufen fisch besetzen sie hier ich schätze mal jetzt hat jeder schon so 30 30 stück hat schon jeder macht riesen spaß die fische haben sehr viel hunger die gehen wirklich auf alles sind heute morgen sind hier auf dem blanken haken draufgegangen den schwimmer angegriffen also ist wirklich super hier gucken was heute noch so geht nachher grillen wir noch mal gucken so 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 Der Haken ist hier, ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020